Ich würde gerne reinhören in ... Jetzt. Jetzt. Jetzt sofort. Als wir mit dem Album anfingen, wollte die Band, natürlich ich für mich auch, wissen, wo es entlang geht. Und ich habe mir vorgestellt, dass wir die Vergangenheit nur streifen wollen, weil die über die Zukunft auch nicht uns lang und breit auslassen wollen, weil die kein Mensch kennt. Sondern vielmehr uns konzentrieren wollen auf das Jetzt.